Das ist jetzt der zweite Teil. Tut mir leid, weil ich den zweiten Teil machen musste. Weil ich wusste gar nicht, wie man diesen Puppi hier auch raus holt. Deswegen hat mir meine Mutter geholfen. Aber guck mal, das ist so schön. Und das ist... Und die können dunkeln leuchten. Wirklich. Ich werde vielleicht... Vielleicht ein Video machen, wo es abends ist. Und dann kann ich zeigen, wie es leuchtet. Wenn es fake ist... Wirklich, ich bin so traurig. Ich habe einfach gesagt, in dem ersten Teil. Ich hoffe, wir kriegen diesen Mädchen hier. Wie machst du auf? Wir kriegen den. Ich bin so glücklich. Guck mal, die Haare. Das ist voll schön. Der hat sogar pinke Strähnen. Das ist sogar meine Lieblingsfarbe. Hellpink. Die tun mir dann mal... Ich nehme mal die Sachen hier. Ich habe sogar diese Sachen bekommen. Das ist für die so ein Stuhl, einen Kamm, wo man die Haare kennen kann. Deswegen machen wir die mal jetzt hier dran. So. Warte, hier ist noch Haare ein bisschen. So. Und dann... Nehmen wir das. Das kann man so dran machen. Das mache ich mal dran als Sicherheit vielleicht. Und die tun wir hier rein. Und den kann natürlich auch. Warte. Ich muss das... Die Haare kurz so machen. Damit die Haare nicht da klemmen. Und nicht da feststecken. Tut mir leid, Papro. Sag tschüss zu den Leuten. Tschüss. Ich muss sie jetzt zumachen, leider. Warte, die Haare. So. Wir haben den Kamm vergessen. Egal. Den tun wir einfach hier. So. Heute werden wir jetzt den hier öffnen. Und wir jetzt sofort richtig aufgeregt, sie zu öffnen. Lass uns mal das auch hier öffnen. Und das ist voll schön. Oh. Das ist so eine gleiche. So ähnliche wie die. Ich hoffe. Wir kriegen... Warte. Den hier, weil der kann sich die Farbe wechseln. Tun wir mal den Mönch hier. Eins, zwei, drei. Wen haben wir? Ach, die ist süß. Irgendwie. Wieso krieg ich den nicht ab? Ich mach das mal ab hier. Schere. Die Schere ist jetzt hier. Die hilft mir. Der rettet meinen Tag. Schleuer, wenn ich den. Den hier bekommen habe. Aber egal. Ich hab noch eins. Der in den dunklen Reichen. Und der ist irgendwie viel schöner. Komm. Raus. Ah. So. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ach so. Da ist Tilsa filmt. Deswegen können wir das nicht abmachen. Und übrigens. Schreibt mir in die Kommentare, was ich nächstes aufmachen soll. Vielleicht. Die ist süß. Aber die Haare. Die sind eigentlich richtig weich. Aber die könnten die Haare ein bisschen besser machen. Die sieht irgendwie ganz komisch aus. Oh. Ich mach kurz Pause. Ich mach kurz Pause. Ich mach kurz Pause. Und die Haare. Und die Haare sieht wie so ein Regenbogen-Glammer aus. Guck. Das war schon eigentlich. Das machen wir mal ab jetzt. Die tun mir die zur Seite. Ich hab's geschafft. Ah. Komm schon. So. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Komm schon. So. Das machen wir auch mal hier ab. Und das machen wir auch mal hier ab. Ah. 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 Guck mal hier rein. Guck mal hier rein. Guck mal hier rein. Ok. Hier ist unser. I-S-K-E-U. hieß unser da ich habe gar keine Ahnung wie so alle Puppen so komisch aussehen so die sind so irgendwie im Rockstar aber ich möchte den hier der ist voll schön ok wie tun die Puppen was ist das von der Haare ok wo ist der Stuhl einfach hier hier keine Ahnung was das